Ja, ich wollte ja wieder ganz lustige Späße machen, damit ihr mich danach auch alle ganz, ganz lieb habt, Kinderlein. Ja, dann fangen wir doch einmal an. Ja, habt ihr denn auch alle schon ein bisschen was gespendet für die 50.000 Kinder und ältere Leute, die heute einen grausamen Hunger tot gestorben sind? Nicht, naja, ähm, was wollte ich jetzt gesagt haben? Ähm, hallo, Martin, es ist Zeit, dass du tanzen lernst, äh, weil der Pasta, also der Couch, die Couch, die Couch, die Couchpasta aus Bielefeld, sagte mir, Martin, Martin, das nimmt kein böses Ende mit dir. Schon die Alten haben gesagt, die Perversion ist der Kehrwert der Neurose. Drum zieh ihr die Hose mit der Neurose an und komm mit mir auf die Couch für sieben Jahre, dann wird mein wunderbares Überquellenkonto wahr. Ja, sag ich mal so, immer eine jugendliche, äh, Kinderknallung hier kann man nicht sagen. Doch, ich bin ja jetzt immer, ähm, im ersten Frühling, äh, nach, äh, 21, ja. Gut, ich meine Schrecken und das Entsetzen jetzt vielleicht mal zügig zu Ende bringen, ja. Lieber ein, äh, schnelles Ende mit Schrecken als ein Schrecken ohne Ende. Deswegen, wenn man es jetzt glücklich zu Ende bringen, das Couchspiel, äh, Achtung!